Hallo, in diesem Tutorial lernst du das digitale Portal der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann kennen. Wir werden uns zunächst die Oberfläche sowie die wichtigsten Aspekte der Navigation ansehen. Dabei stehen dir aktuell, Stand Februar 2022, ca. 65 Zeitungen aus dem Alpenraum vom 18. bis zum 21. Jahrhundert zur Verfügung. Der Bestand an digitalisierten Zeitungen ändert sich ständig, weil jeweils neue Zeitungsinhalte in das Portal hochgeladen werden. Im Rahmen von Zeitschift werden viele regionale Zeitungen aus dem Raum Südtirol, Nordtirol und Osttirol digitalisiert und im Portal online gestellt. Wie kommst du zum digitalen Portal der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann? Auf der Website der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann findest du einen Link zum digitalen Portal oder gib den direkten Link in einem Browser ein. Die Hauptnavigation von Tessmann Digital gliedert sich in diese Bereiche Bücher, Zeitungen, Grafiken, Literaturarchiv und Info. Außerdem hast du die Möglichkeit zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Italienisch zu wählen. Sehen wir uns nun den Bereich Zeitungen genauer an. Du findest eine alphabetische Auflistung aller digitalisierten Zeitungen. Du kannst erkennen, in welchem Zeitraum die Zeitungen im Portal verfügbar sind. Du siehst, ob die Zeitungen OCR indiziert sind. Wir erinnern uns, OCR indiziert bedeutet, dass die Werke mit einer speziellen Software Text erkannt wurden und nun eine Volltextsuche mit Stichworten möglich ist. Außerdem findest du unter Weitere Infos eine Kalenderansicht. Wenn du die Schaltfläche mit dem Kalender-Icon aktivierst, öffnet sich ein Fenster und es zeigt dir an, in welchen Jahren und an welchen Tagen die Zeitung verfügbar ist. Das Icon I zeigt dir Detailinformationen zur Zeitung. Dies entsprechend dem Eintrag, den du auch in einem Bibliothekskatalog finden würdest. Also Informationen zum Erscheinungsort und Erscheinungsdatum bzw. zum Erscheinungsverlauf einer Zeitung. Das ist der Zeitraum, in dem die Zeitung herausgegeben wurde. Zum genauen Titel der Zeitung bzw. zu Titeländerungen, falls die Zeitung über einen längeren Zeitraum erschienen ist oder zu Beilagen eines Mediums. Du kannst hier auch die Erscheinungsweise der Zeitung einsehen, also die Information, in welchem Rhythmus ein Medium erschienen ist, zum Beispiel täglich, wöchentlich oder monatlich. Von hier gelangst du über die Schaltfläche zu den Ausgaben wiederum in die Kalenderübersicht und kannst eine Ausgabe dieser Zeitung auswählen. Jahresübersicht, alle Zeitungen. Hier kannst du direkt ein Datum auswählen und erhältst eine Auflistung aller digitalisierter Zeitungen, die für dieses Datum zur Verfügung stehen. Wenn du einen Titel, zum Beispiel die Marana Zeitung, aus der Liste auswählst, dann siehst du alle Seiten einer Ausgabe. Du hast die Option, ein PDF zu erstellen, die Seite herunterzuladen oder auch auszudrucken. Direkt darunter kannst du nach bestimmten Personen, Orten oder Organisationen suchen, die in den Seiten der Trefferliste im Text vorkommen. Das war das erste Tutorial zu Tessman Digital. Über die angezeigten Links gelangst du zu den Tutorials der Abteilung Informationskompetenz der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol und lernst mehr über Suchoperatoren und Suchfunktionen, die du für deine Suche in der digitalen Bibliothek und in Tessman Digital verwenden kannst.